Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Wir sind jetzt hier gerade in einer leicht verändernden Situation, denn... Ich hab gefait in dem letzten Part. Und... Oh, hier ist ein bisschen Fischluppe. Das hab ich jetzt sonst gar nicht gesehen. Und wir sind hier schon ein bisschen rumgerannt und haben schon ein, zwei Sachen gemacht. Ähm... Ja... Nur... Ich hab nicht aufgenommen. So klug. Okay. Also wir haben zu uns... Zuerst haben wir uns diese Lederrüstung hier gekauft. Die ziehen wir natürlich dann auch gleich mal an und sehen damit voll im Bau aus. Zum zweiten sind wir noch ein bisschen durch die Stadt geirrt und haben schon die Quest abgegeben, mit der wir... Ja... Den Segen von dem Typen da bekommen. Danach sind wir noch ein bisschen weitergerannt und haben uns auf die Suche gemacht nach... Dem Leuchtturm, um dort ein paar Banditen zu verprügeln. Äh... Ich vermute mal einfach sehr stark, dass das da hinten sein soll. Sind dann von der Hafenstadt einmal hier rüber gerannt. Und dort drüben steht ein Schiff, wo wir leider nicht drauf kommen. Das kann ich ja auch nochmal kurz zeigen. Und weil da stehen ein paar Palladiner, die wollen das Schiff mit ihrem Leben beschützen. Hallo. Und... Ähm... Ja, lassen wir uns da halt nicht drauf. Und dann sind wir auch nur nach hier hinten gerannt. Hier durch diesen Jump'n'Run-Parcours. Und haben da so ein paar Tränken... Ein paar Tränke in der alten Münze und so weiter und so fortgefunden. Im Großen und Ganzen nichts sehr Wichtiges. Nur ein paar Sachen, die man halt verkaufen kann. Hier ist das Schiff, da kommen wir nicht drauf. Und ja, ansonsten sind wir hier nur ein bisschen umgerannt. Und haben effektiv gar nichts gemacht, weil die letzte Aufnahme schon sehr lange her war, und ich nicht wusste, was durch Tuten tun soll. Alles für Sachen, was wir denn noch alles machen müssen. Haben versucht, ein paar Wölfe zu töten. Und sind dabei dann jemalig grippiert zwei, dreimal. Denn... Ja. Die sind auf Seite noch ein bisschen zu stark. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen leveln, so ein, zwei Level noch. Dann können wir mal gucken. Vielleicht funktioniert es auch ein bisschen besser jetzt mit der neuen Rüstung. Müssen wir mal nochmal uns alles dann angucken. Ja, ich hab auch versucht, diese komischen Vaneten zu finden in der... In dem Wald außerhalb der Stadt hier. Aber da ist dann nix dabei rumgekommen. Das ist doch alles nur Gerede. Und ja, bevor ich mich jetzt auf den Weg zum Leuchten mache, zeige ich euch noch eine Sache, die wir gemacht haben. Erst einmal dürfen wir halt nicht mit dem Typen hier reden oder in die Nähe von ihm kommen, sonst spricht er uns an. Also gehen wir hier schön außen herum. Und wir haben versucht, auf irgendeiner Art und Weise den Quest mit den... Typen hier zu regeln, der die ganze Zeit hämmert. Hey! Es gab drei Auswahlmöglichkeiten. Erstmal dieses Sackmal, ist alles klar bei dir? Er sagt einfach nur, ja, er muss seine Wohnung, ja, neu machen, weil sein Holz ist total morsch geworden vom letzten Regen. Und dann hat er gesagt, sowas wie, es soll ja nicht zusammenstürzen oder sowas. Also sonst stürzt es halt zusammen. Danach gab es die Auswahlmöglichkeit, ihm 10 Gold zu geben. Die, wie er gesagt hat, konnten wir uns aber in den Arsch stecken, da er unser Geld nicht haben wollte. Er muss halt seine, ja, Arbeit vollenden. Und danach gab es noch die Auswahlmöglichkeit, dass wir ihn verprügeln. Aber da hat er gesagt, dann hämmert er uns fertig, also macht er uns fertig, hämmert er uns ein paar. Und, äh, ja, in der letzten Aufnahme hat er auch ein bisschen gegritscht. Jetzt tut er es anscheinend nicht mehr. Wenn man ihn angesprochen hat, ist er dann nämlich um drei, vier Schritte gelaufen und hat sie dann zurückteleportiert zu der Stelle, wo er gerade da stand. Und, und ja, ansonsten haben wir, glaube ich, nur hier auf den Dächern wieder ein, zwei Lederbeutel gefunden. Nichts großartig Wichtiges. Ah ja, und Honig. Und Honig, das haben wir auch gefunden. Und zwar war es überwiegend hier oben drauf, da war Honig, da vorne drauf war ein Lederbeutel, hier. Und, äh, ja, das war es eigentlich. Großen und Ganzen mehr haben wir nicht geschafft zu machen in der Aufnahme, weil ich nicht wusste, was ich wie tun soll. Da es jetzt doch schon ein paar viele Nebenquests, Hauptquests, whatever sind, die wir hier machen müssen. Und ich mache jetzt erst mal ein paar Nebenquests, damit wir uns ein bisschen aufleveln können. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Da wir es nötig haben im Moment. Ja, den kennen wir hier auch noch. Na, Jack? Warum fokussiert er die immer an, wenn ich, äh, immer wenn ich dann D und A drücke, also die seitlich jetzt, hin und her gerenne und ich habe jemanden anfrustiert, dann möchte er sich davon aber auch nicht trennen. So, okay, hier geht es nicht mehr weiter, das habe ich schon in der letzten Aufnahme gemerkt. Hier geht es da oben so einen Paladin hoch und wie kommt man jetzt zu diesem bescheuerten Leuchtturm dort hinten? Das wüsste ich jetzt doch mal ganz gerne. Okay, da geht es irgendwo hoch. Na, hoch da mit hier. Da hinten steht der Leuchtturm schon. Uh, willkommen aufs Nacht. Mal gucken, ob hier irgendwas ist. Nur, wir könnten aber reingehen. Noch sehe ich hier nichts großartig. Das klingt irgendwie gerade, als ob ein Handy klingeln würde hier. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das der Wald ist, in dem sich die Banditen verstecken. Weil wir haben in der letzten, also ich habe einen Wald in der letzten Aufnahme untersucht. Da waren halt auch die Wölfe und noch so ein paar andere Viecher, die uns dann elendig umgebracht haben. Wir hatten gar keine Chance, irgendwas gegen die zu machen. Und, ja, da konnte ich natürlich auch dann sehr gut nach den, nach den Banditen suchen. Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt einfach nur das Einzige, was wir wirklich tun müssen, ist jetzt erstmal runterkommen, ohne Schaden zu nehmen. Ja, gut. So muss dat. Muskatnuss, Muskatnuss, Herr Müller. Wer das nicht kennt, kann das einfach mal googeln, das ist echt. Okay, gehen wir hier mal einfach raus und untersuchen ein bisschen das Wäldchen. Erstmal speichern wir ab. Ich habe jetzt einen Speicherstand für den Fall gemacht, dass irgendwie so etwas vorkommt, wie das letzte Mal. Das war dieser Let's Play von vorgestern. So einfach nur dafür stehen, dass ich den nicht überspeichern werde. Und dass ich für den Fall, dass halt die Aufnahme vergeigt wird und ich merke, dass erst nachdem ich abgespeichert habe, dass ich den Speicherstand noch habe. Nur mal so, damit ihr euch nicht wundert, warum da jetzt auf einmal so ein neuer Speicherstand herum. Ja. Ne? Oh, Sumpfkraut. Ja, damit sollte man sich auch auskennen, wenn man den ersten Teil kennt. Mit Sumpfkraut. Das hat man damals in Massen geraucht. Oh, da ist wieder so ein Wolf. Der uns das letzte Mal nur gebraucht hat. Aber mit der neuen Rüstung und so ein paar Krampftechniken funktioniert. Gut. Und es waren ja auch nicht drei auf einmal. Also von daher... Ach, verdammt. Nichts zu holen. Ja, ja, ja. Was auch immer hier rasselt. Ich muss mal jetzt ganz schnell in die Stadt rein. Und hoffen, dass dann der Wolf noch da ist. Da ist ein... Quest gibt, bei dem man, ähm... sich selbst sechs Wolfsfälle holen muss. Und ich wollte den Quest eigentlich auch vorher annehmen. Das habe ich aber vergessen. Und da lernt man dann auch gleichzeitig das Geschick, dem Wölfen die Fälle abzuziehen. Ey, ich ziehe dir das Fell über die Ohren. Gibt ja schlecht. Da war er wieder gut für mich. Und, äh... Ja. Ich hoffe, der Wolf liegt da noch. Wenn nicht, dann werde ich mal kurz laden, weil ich weiß nicht, wie viele Wölfe hier in der Nähe sind. Früher oder später werden wir dann natürlich genug Wolfsfälle sammeln für die Quest. Aber es ist eine Quest, die auf Zeit geht. Das heißt, man sollte sich noch Möglichkeit beeilen. Und deswegen möchte ich hier alle in der Nähe haben. Äh, alle in der Nähe. Mitnehmen. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Gut. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfälle und wir sehen weiter. Ja, bei dem haben wir halt den Quest bekommen. Ähm, von wegen... Zeig mir deine Ware. ...6 Wolfsfälle. Du sollst dir hier nicht meine Ware ansehen. Du sollst mir die Fälle besorgen. Also, sieh zu. Ja, okay. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht probiert, ob es vielleicht möglich wäre, die einfach zu kaufen. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob wir irgendwie eine scharfe Klinge kaufen können und wir halt eine brauchen. Oder ob es einfach so war, dass zum Beispiel unser Schwert schon reicht oder so. Und eigentlich würde ich auch gerne beim Gasthaus schlafen und ich glaube, dann despawnt der Wolf dort erst recht. Komm, gehen wir hier einfach mal hoch. Hier sind wir auch wieder. Na? Hier sind wir hergekommen, dann gehen wir hier auch mal wieder her. und rennen da drüben hin zum Wolf. So schnell es geht. Das ist auch sehr schnell. Wow, hat er eine Ausdauer. Kann man nicht irgendwie rennen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Nee, man kann allerhöchstens langsamer gehen. Okay. Oh, Dunkelpilz. Fließt du hier noch, Wolf? Wolf? Bitte. Bitte, bitte, bitte. Nein. Aber ich höre weiter. Moment, ich möchte vorher speichern. Und was ist das? Dieses Geräusch. So, speichern wir mal eben hier ab. Für den Fall, dass da auf einmal mehrere kommen. Bei mehreren sind wir unterlegen. Derweilen. Stirb. Los. Ja, gut. Ach, danke. Gut. Was ist das für ein... Aber ihr hört das auch, ne? Das ist wahrscheinlich irgendein Käfer oder so hier in der Nähe. Das sieht ja auf jeden Fall sehr waldig aus. Komm, an die Wand mit dir. Oh, unser Leben sieht nicht gut aus. Ja. Ja. Okay. Gut. Schön. Ähm. Am liebsten würde ich jetzt einmal kurz zurücklaufen und den Franzosen rauslaufen. Raushängen lassen. Aber, äh, das ist, äh, was anderes. Oh. Aber wir haben nicht viele Heilpflanzen. Zur Taverne nach Korinus. Ja, komm. Gehen wir nochmal kurz schlafen, denke ich mal. Du, 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 strecken wir das Let's Play unnötig in die Länge. Du, 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 du. Ich hoffe, wir finden mal heraus, was das mit diesem komischen Geräusch auf sich hat. Aber das klingt echt unschön. Apropos, wir haben da noch gar nicht mit der Wache hier geredet. Sollten wir vielleicht mal tun. Hey, hey, nicht so schnell. Alleine hier draußen herum zu spazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Aus der Stadt. So, so. Was streifst du dann hier draußen vor der schützenden Stadtmauer herum? Da war ein so weiß in dem Text zu viel. Was ist hier draußen so gefährlich? Vieles? Ich wette, dass du nach der nächsten Wegbiegung schon nach meiner Hilfe schreist. Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs. Und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Aber weißt du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. Frögel. Zehn Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Was meinst du? Ich denke darüber nach. Wie du willst. Ich wünsche dir einen schönen Tod. Dankeschön. Wir sind auch so tot. Ne, anscheinend kommen wir mit der Rüstung ganz gut durch. Auch wenn wir vielleicht ein paar Heilsachen verschwenden werden. Nein, spenden möchte ich nicht. Ich habe gehofft, wir können uns da jetzt heilen, aber... Ich glaube da nicht dran. Gut, gehen wir lieber schlafen. Ist ja eh umsonst. Halb so wild. So, einmal hier die Treppen hoch und schön hier ins Bettchen legen. Unser Stammbett, was nicht ganz an der Wand steht. Hier, bis zum nächsten Morgen. Auch wenn ich davon ausgehe, dass wir nach drei Kämpfen wieder hierhin eilen müssen. Aber who cares? Dann können wir währenddessen auch in dem Wald nach den Banditen suchen. Und man meinte ja, dass die da irgendwo in der Nähe von so komischen Treppen oder sowas da sein sollen. Und da wir da ja gerade eben an der Ecke nach unten so ein paar Treppen gesehen haben, würde ich mal sagen, das erste was wir tun, wir gehen da runter und ja, gucken uns da mal ein bisschen um, was da denn so für Sachen sind. Immer dieser Autofokus, ey. Ah. Unschön. Oder sollen die Geräusche einen nur Angst machen? Auf jeden Fall finde ich die Wälder hier schon besser gelungen als im ersten Teil. Weil im ersten Teil, ähm, schwer zu erklären. Da waren da so ein paar Bäume. Halb, ja, halb, also eigentlich genauso viele wie normalerweise auch. in so einer normalen Landschaft vielleicht mal rumstehen. Und die haben dann einfach so eine flache Ebene an Gras und Ähnlichem. Also nicht Gras, sondern an Gestrüpp. Einfach mal über, also auf eine bestimmte Höhe gepackt, sodass man das Gefühl hat, dass über einen nur Laub ist. Und das sah echt nicht schön aus. Nicht schon wieder, oder? In der letzten Aufnahme war es ja auch schon. Aber egal, die Aufnahme beende ich in zwei, drei Minuten. Mach eine kurze Pause. Denn, es ist mal wieder sehr eng hier mit den Folgen. Es ist Montag um irgendwie 12.14 Uhr. Okay, dort unten sind zwei Käfer. Die Käfer könnten wir ja eigentlich ganz leicht erledigen. Ich warte mal noch kurz, denn ich speichere mal ab. Das ist eigentlich eine Idee. Also bitte nicht erschrecken, dann whatever, wenn jetzt noch so ein Skype-Sound kommt. Das ist dann bei mir. Sich nicht angestrieben fühlen oder sowas. Oh, okay, Feldräuber. Das sind ein paar andere. Die sind stärker. Ja, das habe ich gemerkt. Ey, scheiß mir noch nicht ins Gesicht, du. Okay. Mit denen können wir dann also noch nicht fertig werden. Das wird dann noch ein bisschen... Ich habe das Gefühl, es wird noch so ein paar Level dauern. War so ein paar Waffen-Upgrades. Egal, gehen wir erstmal zurück und, ähm... Ja, viel ist hier unten nicht. Keine... Entschuldigt. Keine Räuber oder sowas in der Art. Ne, da unten ist nur der normale Graben. Okay, ähm... Ja, mit dir. Dort sind ein paar Raten. Oh, hier ist schon eine Ratte. Oh, schreck mich nicht so. Dobe Ratte. So. Gut, das war einfach, die zu tönen. Na, ich glaube, ich mache es doch gleich aus. Wenn da denn noch irgendwas kommt. Oder ich sage mal, wie ich jetzt... So ein Fail-Tag heute, so ein Fail-Tag. Jetzt mal fällt die Aufnahme und jetzt... Ah, egal. So, ich mache es mir hier mal bequem auf diesen Baumstamm und verabschiede mich mal für diesen Part. Äh, und sage mal, bis Mittwoch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und so weiter und so fort. Bis dann und tschö, tschö.